Er erwachte in einem unfertigen Haus. Es war kalt und er stand barfuß auf einer gefrorenen Wasserlache. Er konnte sich nicht erinnern, in ein Hotel eingecheckt zu haben, das noch nicht fertig war. Ging das überhaupt? Ging das! Er spürte so etwas wie Neid in sich hochsteigen. Neid auf die Wildheit einer solchen Kindheit und die gefährliche Ausgelassenheit dieser Art von Leben.